Ich würde Leben machen. Ja, das nächste Mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Soll ich da hoch? Oder soll ich mal gucken, was da ist? Gucken wir mal. Oh Gott, oh Gott. Da komme ich doch mit dem Königsring, oder? Was das? Ich habe es vergessen. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, jemand ist hinter mir. Und wie? Richtig. Oh nein, stirbe jetzt nicht. Ich. Aha. Es öffnet sich. Oh. Okay. Aha. Und wohin? Wohin führt das? Unheimlich. Schauen wir mal. Aber ich will danach zurückgehen. Ich will mal gucken, was da ist, was da kommt. Die Gruft vielleicht. Oh. Also wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, das Spiel. Das DLC werde ich nicht heute aufnehmen. Das ist jetzt für die Twitch-Zuschauer. Das werde ich dann irgendwann mal aufnehmen. Heute machen wir einfach das Hauptspiel. Spielen wir durch. Und dann. DLC kommt aber auch. Irgendwann. Definitiv. Aha. Oh Mann. Oh. Okay. Das ist jetzt die Gruft. Na toll. Gruft der Untoten. So. Leucht vor. Bier. Mal zünden. Tschüss. Was ist das? Bleibst du denn? Hi, Mann. Oh Mann. Oh Mann. I believe we've been acquainted. Young hollow. Conqueror of fear. What drive you so to overcome this supposed curse? Life in the end. Beautiful, it interrupts us. ...to the point of obsession. Some are true to their purpose, they are gorgeous. Flash and mine. One man lost his own body and had lingered on as a head. Others... ...tricks the charms of love. What is it that tries to use? Once, the Lord of Light banished the dark and all that stand from humanity. And then, assumed a freaking fool. These are the roots of our world. Men are props in the state of life. And no matter how tender how it's present. The light will remain alive. Young or ever, knowing this, do you still desire peace? What is your choice? Yes, definitely. Venric, the near true monarch, is here and not far off. But what is it? You... I have a woman with great missile ground in my face. What is it that you see? You cannot even say yourself. ... Typekan... ... ... ... ... ... ... ... ich dankeschön übrigens ja also wir machen jetzt also hier will ich jetzt nicht weiter gehen ja wir gehen zurück mal gucken was da hinten gewesen ist nimmt mich schon wunder und dann können wir wieder zurück gucken was da ist was da drin ich muss gar nicht alles laufen ich habe fast vergessen gut mein gott ich habe fast vergessen so schreien da guck mal wie das aussieht geruch der untoten wo untoten alle leben hier meine güte die ganze welt lebt nicht normal gut gut was das blaue augapfel wo auch so wir sind wieder hier schreien von emmene okay ich glaube wir müssen hoch oder ja ich glaube mal gucken was da so ist was hier so abläuft machen wir die straßen unsicher guck mal die aussicht schrecklich ich lebe noch oh nein nicht lange shit was ist das gut gemacht gratuliere bewerten nein ich komme ich guck mal nicht vor was das ein vogel ein vogel flieg da unten ist was so jetzt habe ich nie die mal gucken ob das was bringt ich glaube nicht aber kannst du denn kann ich so tief runterfallen nur gott weiß ok ok ich lebe noch dämmerungskraut wie habe ich das geschafft so was nicht normal ich schaffe alles kein problem so seelen silbernen schlangen drin thank you gehen wir hoch zusammen öffnet sich was das auf dem boden was machst du auf dem boden 198 seelen wo hast du unter dachten sehen lüge nicht was ist das da sind schon wieder jemand schon unheimlich ich weiß ich weiß auch schon was ich heute träume was wer bist du denn aha ja tot ok ok flame to flame aha beten soll ich beten leider passiert nichts wieso was sollte was passieren du antichrist wieso betest du nicht schäm dich nicht mein kind sing weiter hussein nein fahrer was ich will deine liebe was sonst Milfinito 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 wieso das ist was wir wieso wenn wieso 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 we und wir brauchen nicht zu. Die kleinen Menschen wurden von dem Great Dead One und der Great Dead One taught uns songs. Wir singen seitdem, um die, die, die durch die Death und die Schmerzen zu haben. Das ist das, was wir uns taught haben. Aha, Geschenk. Göttlicher Segen. Nur eine? Wie kannst du nur? Du hast gesehen, wie ich spiele? Oh, noch ein Geschenk. Versteinertes Etwas? Das ist alles, was wir tun können. Die kleinen Jungen sind aus dem großen Tod. Wie soll sie sich jetzt? Nein. Nein. Das ist was wir uns überrascht. jetzt ja jetzt aber du hast dich aber schnell wiederholt hast du nichts zu sagen okay jetzt bin ich jetzt habe ich gesündigt leider passiert nichts okay kann ich da guck mal da kann ich runter gehen da passiert aber bestimmt etwas guck mal ich sehe etwas was du nicht siehst nein geht nicht schön dunkel hier genau macht musik macht musik sonst kann ich nicht sterben der macht hat so viel schaden und ein und das 22 gegen mann ich kotze gleich ja wie soll ich die bekämpfen guck mal ich hoffe er heilt oh nein ich bin tot nicht sterben halt er sich ich hoffe nicht oh nein oh nein das mädchen sterben ja der macht bösen schaden was das für einer horror aber wirklich und nein da ist noch einer ich okay 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 ruhe bewahren den schaffen wir wo ist er also wo ist er versteckt sich diese scharmutter oh Gott ich sterbe glaube ich was nur einer ich habe gedacht zwei naja okay gut ich glaube alles gut ente gut alles gut aha ich habe es doch gewusst was ist das so schön so viel glück hat niemand endlich mal wo bin ich da was ist das für ein gebiet unten und dann versucht rechts ja ja lüg nicht wir brauchen schmetterlinge schmetterling schmetterling wo bist du da links aha menschen tötter schade dass es keine menschen gibt in diesem spiel naja es tötet ja hauptsache was ist das oh da sieht aber tief aus ist da was ich habe irgendwie das gefühl dass da noch vielleicht was ist oder nicht doch aha oh mein Gott ich hätte es fast nicht gesehen pass auf pass auf ich kann die nicht nochmal töten all diese gegner keine lust asketten leuchtfeuer die brauchen wir definitiv na gut ich glaube das gebiet ist fertig ne voll wow hat gar nicht lang gedauert zehn stunden also ich habe gedacht die ist kleiner aber die also taxus 2 ist also kann schon verwirren irgendwie nicht also ein bisschen schon schon groß das spiel so hin und her und so kann man schon schnell mal die übersicht verlieren irgendwie und jemand wie ich der sowieso orientierungsbisschen probleme hat ab und zu ja ab und zu okay okay so reisen gruft der untoten gefällt mir schild des alten ritters wo alt wo er ist schon tot willkommen in der hölle oder soll ich paradies denn sagen wer ist das denn oh bruder hast du abgenommen was ist das ich sehe geister was ist los aha zwei stück eine einer hätte es auch getan also würde ich diese wunder nicht haben müsste ich die ganze zeit noch lebenssteine benutzen würde ich noch lebenssteine benutzen wisst ihr was dann die ganze zeit seelenfahren oder so ja das wäre schon stressig wieso lebst du noch wieso lebst du noch wo habe ich verloren oh oh wie kannst du so liegen oh guck den mal an oh 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 er kann sich nicht drehen er ist zu breit aha er kann juhu gegenstand so großschild schön oh sieht ihr das was ist das was ist das was ist das hexen oh was ist das okay macht ihr gar äh was ist das macht ihr kaum schaden schon cool ja schieß weiter gefällt mir irgendwie nicht als sadist oh okay schon lange nicht gestorben oder nicht lange genug wie es aussieht oh oh der sieht hart aus der hat mir schaden gemacht aha tot und redman hast du darksos 2 schon mal gespielt hast du das Spiel schon mal gespielt bestimmt oder ich glaube die ganze welt hat das spiel ich glaube die ganze welt hat das spiel schon mal gespielt ne so disco down go go Auf Wiedersehen.